Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video, heute wieder im Medieneditor. Wir werden heute mal unsere Paintball Arena komplett neu bauen. Einfach mal wieder um einen neuen Wind reinzubringen und den Spielern mal wieder Abwechslung zu bieten. Es macht halt keinen Spaß, wenn man dauerhaft auf einen Punkt spielt. So, das soll aber schon genug Glauben sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Video. Ich mach gleich Musik an und dann schauen wir mal was rauskommt. Viel Spaß! Musik 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 Musik